Na ja, was passiert? Der mit seinem lila Kuchen immer, ey. Ja. Ja. Ja, gut. Ja, ja. Tue ich das schon nicht anders. So ist das manchmal, genau. Ich mag den Bio-Unterricht auch nicht. Bio-Bio. Kann aufs Thema an. Ja. Ähm. Gut gemacht. Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Einsatz in 10 Sekunden. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Oh. Ach, nö, ey. Warte mal, doch. Der ist doch durchgegangen. Wo kam sie auch noch? Ach, nö. Ach, nö. Ach, nö. Ach, nö. Ich leide nach. Höh. Oh. Ich leide nach. Oh. Oh. Okay. Mann! Mann! Jawoll! Jawoll! Ja. Schön. Ruhig, Blut. Hm. Sagte Ruth. Chris mag keine Glatzen. So. Ja, der Frosti. Schauen Sie. Hilfe. Hilfe. Ich verschwinde mal das Loch. Durchs Loch, nicht ins Loch. Einsatz in 10 Sekunden. Da ist sicher ein Unterschied. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Ups. Jetzt hat sie die Drohne doch erwischt. Na dann. Die Drohne. Und dann. Ja. Und dann. Fröhliches Sterben. Machen wir mal. Machen wir mal Loki Loki. Haben wir da was ist? der kamera mal hin und bauen hast du Glück noch Sunny Klapp ein keine kommen schon seit ich noch mal sie kommen um die ecke kommt wo sie da hinten am ende des ganges ein gegner verbleibt da ist jemand ernsthaft in die claymore gerannt irgendwie habe ich das geahnt dass einer durch das fenster rauswirken will naja frosmatte kann immer mal passieren aber wenn man dann beim raushilfen bestraft wird finde ich das beinig ja meiner meinung nach dann nehme ich das einfach karma auf ein neues ein penis an die wand schreckt mir nicht so so wo ist der ist verstärkt fühl mich nicht wohl ich habe angst genau deswegen schon Was ist das? Nein, die haben wir jetzt nicht. Was ist das? Ach ja. Was ist das? Nein, die haben wir jetzt nicht. Hilfe! Hurra, ich habe einen Kill. Aber da sitzt noch mehr an der Ecke. Sledge sitzt dort in der Ecke. Ach, Mann. Wer hat denn da auch unten die Wand ausgeführt oder war das die Granate? Das war die Granate. Der hat eine... Der eine doch, der eine doch hatte die Granate auf mich geworfen. Ja. 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 Was ist das? Den Standort des Bio-Befahrgutbehälters finden. Zehn Sekunden bis Einsatz. Gute Arbeit. Der Bio-Gefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Noch fünf Sekunden. Das war's für heute. sprengladung ist in position einen habe ich erwischt und dann wurde ich erschossen wo ihr auch man kann bleib doch da wo du bist herkommt irgendwas nur noch einen gegen euch durch feindliche aktivitäten bedrohung nicht auf die einstellen eine vom eigenen druck verbleibt feindliche aktivitäten bedrohung neutralisieren eigener druck neutralisiert die 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 die